ARD Text im Auftrag von Funk Boah, der Brau ist voll gut! Immer Gas! Da war ein kleiner Ruder. Ah ja, wie überall Zielscheiben sind. Cool. Da oben links am Haus ist eine rote. Ich glaube, die roten sind die seltenen, die mehr Punkte bringen. Ja, sind die auch. Die sind super versteckt. Jawohl, ich versuche nicht so viel zu lenken, damit du einfacher zielen kannst. Jawohl. Nur Gas. Kannst du mit Shift oder so noch mehr Gas geben? Nee. Verschillen! Nicht wegfahren. Links war... Fuck off! Aber wir haben am meisten Punkte. Guck mal, mit 230 Punkte. Ja, stimmt. Aber wenn der hinten fährt, machen die anderen schon die Dinger kaputt, wa? Ja, aber die können nix. Guck mal, wie gut du bist. Stable-Center hier. Überholen den jetzt einfach. Zack! Nur am Ballern hier. Ja. Hat sich hier auf jeden Fall ein neues einfallen lassen. Cooler Modus. Aber die werden auch echt nicht... Also, die entwickeln ja ständig neue Modi. Das ist halt sauer cool. Über Ballern. Das ist halt am Leben. Dann rabbi schießt schon auf die Schilder und alles. Yeah! Ach, unter zwei. Was haben wir denn jetzt hier für Quatsch? Platztausch! Oh, was? Oh, Gott! Ähm, ähm... Okay. Alles klar. Jetzt bin ich dran. Geh weg! Jawohl! Ja, den roten! Easy! Hier unten gibt's anderen Roden. Den habe ich auch geklaut. Oh! Oh, mal rein können. Ja, nix die Bovos! Was ist denn hier? Mach ich nicht an, oder? Oh! Go, 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 go! Ist die da vorne überhaupt auf irgendwas? Oder fährt der nur? Weiß nicht. Halt uns ja, den Sieg! Ja, Alter! Easy Game! Bram holt auf, sehr gut! Jawohl! Piss dich! Großen! Wie der dich wegkickt! Der macht das so langsam! Wieso steht bei mir jetzt in die falsche Richtung? Oh, hat er dich an dem Checkpoint vorbeigeballert? Nee! Ähm... Jetzt wieder richtig. Ja? Hast du gekriegt? Scheiße, ey! Direkt ein paar vorrauszunehmen? Nee, jetzt steht bei mir in die falsche Richtung. Kannst du rücksetzen? Will respawn, ja. Fuck, Alter! Nee! Aber guck mal, wie viel Sturm! Vorhin hat der uns so beigeruscht. Lol! Ach, weil wir innen abgekürzt haben wahrscheinlich dann, ne? Na, guck mal, hier sind sogar noch ein paar Tafeln drüber. Da! Oh, shit, ey! Oh, da ist auch noch einer! Oh, fuck, ey! Oh, doch 30! Gott! Das wird knapp! Da links, die rote! Ja, haben wir! Eins, vier, drei, zwei! Ah, da sind hier viele. Von der anderen Seite auch machen. Ah, dürfte aber reichen, oder? Da fällt ein Sieg. 800! Jawohl! Oh, dann war aber nochmal knapp, ey! Gott sei Dank, ey! Wäre auch peinlich gewesen, wenn nicht. Ja, das könnte man öfter spielen, da kann man richtig gut verdienen mit. Yeah! Robin! Ja, war ja easy. Dream Team! Ja, machen wir mal kurz einen Cut für euch, wir sind gleich wieder da. Zweite Runde! Die sind auf so geilen, fetten, äh... Warte, wie hieß nochmal? Mad Runners? Ne, Truck nenne ich ihn mal. Sieht irgendwie aus wie beim Mad Max oder bei The Purged oder sowas. So richtig abgefuckte Wegelchen. Oh, Gas geben hier. Vielleicht vieler Windschatten hier. Ja, der eine versucht die ganze Zeit, die anderen abzuballern. Oh, oh! Schön! Ich hab den roten! Ja, hab ich schon! Oh, Leute, aber... Das hat ja nicht gesehen. Nein! Nein! Leute, der hat sich auch überschlagen. Weil sie weiter vorne bringt auch extra Punkte, wa? Ach, das bringt mehr Punkte? Ja, und zwar, jedes Mal, wenn du durch den Checkpoint fährst, kriegst du mehr Punkte, wenn du vorne bist. Nein, Mikkel! Hör auf! Mikkel suckt. Boah, Alter, das sind aber ganz schön viele Dinger. Ich gönne mir grad richtig die Punkte. Schön, die roten Dinger. Boah, enge Kurve. Boah, diesmal sind ja Leute bei dir richtig stark, ey. Ja, ohne Witz. Oh, Leute, der eine hat geleckt. Oh, Kacke. Was hat der denn gemacht? Alles klar. Einmal steht der da auf der Fahrbahn. War schon wieder hinten hier. Oh, ja. War schon vorgearbeitet. Ja, machen wir. Voila! Alter! Nein! Sechs lang! Was ist falsch mit dir? Der ist voll weggekackt. Der Mikkel mag uns nicht. Ne, das ist nicht der Mikkel. Kiria. Der mag uns nicht. Oh, shit, die Bakterie, Alter. Da muss noch mehr gehen. Wir verlieren. Ah, der hat einen Fehler gemacht. Oh, hier hängen sie alle. Hier haben sie sich auch gerade gefeidet. Hier sind ja Leute auf der Straße. Ach. Sepp, was machst du da? Konzentrier dich. Kann man nicht an Drang gleiten? Wir sind vorletzter. Gib mal Gas. Ja, ich gebe alles. Und 10% mehr. Okay, 10% schaffe ich. Oh! Alter, der ist fast rausgekiegelt. Ach, n'arsch. Okay, go, go. Kusche! Ich seh' denn überhaupt noch richtig Dinger? Da hinten auf der Werbetafel. Ja, ich hab's gewechselt. Oh ja, stimmt. So, gib mal Gas. Ja, jetzt hol' mal richtig auf. Hab 619 Punkte geholt. Okay. Dann hab ich ja ein Ziel. Einfach mehr zu machen. 619. 10% mehr. Sind 600... Öh... Verdammt, ich kann sie nicht gehen, wenn ich hier fach. Rechne du mal. Jawoll, der Bramrader vandaliert. Warte, nach vorne. Die einen nach vorne haben gleich schon tausend, ey. Leute, können wir nicht machen. Ja, dritter. Yes. Danke. Schön anschubsen. Davon ist der erste. Alter, du hast richtig aufgeholt. Der Bram, du solltest mal fahren, ey. Okay, Gas, 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 Gas. Oh, oh, oh. Da war noch ein Roder versteckt. Geil, den hab ich gekriegt. Ach, Leute. Geil, den weg. Zweiter. Nice. Dann ist der Erste. Aber mit dem Punkt nachher sind wir nur Dritter. Was ist da los? Nimm hier alles mit, was gibt's. Da, da, da. Jawoll, der sieht gut aus. Schön mit dem Punkt. Selbst den. Hab Adler-Augen, hab ich. Verfolgen uns aber alle. Ja, da, 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 da. Jetzt ziehen wir, wir wären Zweiter. Ja. Scheiße, nur Dritter mit den Gesamtpunkten. Nein. Fuck, Alter. Ich muss zugeben, am Anfang hatte ich Fahrprobleme. Ich glaub, daran könnte ich gelegen haben. Shit. Also, was mir aufgefallen ist, ja. Für den ersten Platz kriegst du immer drei Punkte für jeden Checkpoint. Für den zweiten zwei und ab dem dritten einen bis zum Ende. Okay, also vorne mitfahren. Ist einfach auch sehr stark. Ja, sind halt immer drei Punkte pro Checkpoint, wa? Ja. Und das macht schon bei denen, keine Ahnung, 20 Dingern schon viel aus. Ja. Ja, schade. Na, nicht so, ne? Ja, kriegen wir auf jeden Fall 14.000, Alter, für Zweiter. Alter. War jetzt Zweiter oder Dritter? Zweiter. Ja, immerhin. Dickes. Kennen wahrscheinlich schon alle, boah, wir haben richtig viel Geld verlor. Aber guck mal, die waren 200 Punkte besser, ey. Ja, schon krass. Boah. Ja, guck mal, das sind einfach die Checkpoints, ja. Aber guck mal, ich habe meine 10% mehr, habe ich delivered, oder? Ja, hast du auf jeden Fall delivered, aber nicht nur das, guck mal geil, wie die sich nebenbei am Flamen sind. You gotta go fuck yourself, ey. Oh, nice, you are, nice, nice. Gut, wir machen nochmal ganz kurz einen Cut, sofort mit einer, hoffentlich dann nochmal neuen Map. So, meine Damen und Herren, Runde drei. Jetzt aber. Neues Auto, neue Map. Da sitzt du da schön drin, ey. Ein geiles Auto. Das ist echt cool. Hinten noch so einen geilen Ersatzreifen nochmal drin. Könnte man ja auch als Kofferraum benutzen, aber. Ach komm, fahr doch. Gönnung. Finnschatten. Oh, nice, haben sie weggerammt. Oh. Mehr Punkte. Wer bremst, verliert. Oh, wer Ramp verliert. Oh. Oh, beiler. Es ist aber jetzt hier ein bisschen trickier zu fahren. Mehr Punkte. Ach, ist nicht. Junge. Achso, durch den Scheiß-Zorn kann man nicht durchschießen. Wahrscheinlich muss ich den erst vorher wegballern. Ja, wahrscheinlich. Oh, dann schmeißen wir einen um, jawohl. Aber gut, aber gut, aber gut. Ja, schon mal aus dem Rennen. Oh, 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 oh. Oh. Leute, die beiden haben sich weggerammt. Nice, unsere Chance auf Platz 1. Sehr geil. Geil. Sehr, 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 sehr geil. Erst zum Fahren ist es aber auch echt eng. Oh, nice, brabben. Schön die roten. Boah, Alter, Vater. Was sind wir denn hier oben? In einem Kreis? Alles klar. Einmal durch die Halle hier. Aber mehr Punkte. Jawohl, wir führen. Es war knapp, aber wir führen. Gehen wir nicht, wir sind Zweiter. Sind wir nicht. Verdammt, sind wir wirklich. Oder sogar gerade. So, Bram. Ich glaube, wir übernehmen jetzt, oder? Hier ist, glaube ich, der Stadtziel. Ja, das ist doch hier gewechselt. Ja, da vorne. Genau, baller du mal schön noch. Und. Ab geht die Party. Gut, gut, gut. Zack, zack, zack. Schöne drei Punkte pro Ding. Bam. Für den Checkpoint ist schon wichtig. Boah, Alter, mein Adlerauge. Er späht hier alles. Oh, da kommt einer. Oh. Er holt der Arsch. Er hat der Arsch überholt, ja. Ah, den Christel, jawohl. Schmeiß ihn um. Tschüss, Junge. Nein, erster Platz. Oh, das ist gut. Da ist Brot. Ja, nice. Schön, schön, Sepp. Ja. Das wird es. Gibt gut aus. Machst du Traumleistung, Junge. Echt? Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja nicht auf die Punkte gucken. Ich muss ganz viel ballern. Jetzt rechts sofort wieder. Und links sind gleichzeitig welche. Ja, die links kann ich halt im Nachhinein noch machen. Das ist der Vorteil. Aber rechts, da war ein guter Tipp, Bram. Da hinten ist noch ein Roder auf dem Ziel. Zwei Stück noch. Zwei Checkpoint noch. Komm, Gas, Gas, Gas. Nee. Haben die noch? Nee, nee. Ach so, ich dachte gerade, okay. Komm. Nee, nee, nee. Das war Platz 1. Das war Platz 1, ja. Das war gut für uns. Ja, auf jeden Fall. Ja, die können ja im Nachhinein noch durchkommen und noch überholen. Weil du darfst ja noch fahren und kannst ja immer noch weiter Punkte machen. Ah, lächerlich. Die holen doch nicht alle. Aber wir waren richtig gut, Platz 1. Aber wir waren richtig gut. Du hast dich richtig schön vorne gehalten. Das waren die Letzten. Lass mal dagegen. Sisse, wir sind Erster. Äh, Alter, Dream Team. Oh, 8.000. Richtig Asche, ey. Weiß nicht mal, Wett Money. Musst du es auch mal geben. Woo. Awesome. Geil, nochmal geschmeidige 400 beim Wetten gewonnen. Geil. So, das war der neue Modus. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Und haut rein. Ciao.